Ihr versteht, was ich meine, oder? Mach mal nen Backflip. Ja, okay, komm gleich, bleib dran. Ich hab ein Ulti, aber jetzt mit Ulti rauszugehen. Wer fucking smart ist, wie mach ich das? Let's go. Perfekt. Du wirst in Fortnite gekillt. Und da kommt er einfach. Junge, du siehst du so in dieser Cam, Dicke. Da steht immer so, Quick Spy hat dich getötet. Bro. Junge, man. Ey, Romatra sucht Mates. Wir nicht. Okay, Dicke, die... Also, das Ding ist halt, die hat ne Körperhalte wie du in IRL, Bro. Deswegen, das macht's ein bisschen unhot. Bro, willst du sein, dass ich nicht hot bin? Die war tot, da war es hotter irgendwie. Alright, ich kann keinen Backflip, alright? Aber ich zeig dir meine kleine Breakdown-Einlage. Oh mein... Gut. Jetzt kann mal Able in Bitches aus. Und da in Churches aus beher bei ihr. Alles Sieght0 cierto. Oder ich will她 ja nicht.